Meine lieben Männer, eure Mädel, die spielen jetzt auf meinen Glocken den Vogelwalzer. Weil wir Männer einen Vogel haben, Gott sei Dank, dass wir einen Vogel haben, die Mädel keine Vogel haben, Gott sei Dank, aber die Mädel möchten sehen, wie ihr diesen Vogelwalzer tanzt. Und den tanzt man so, von der Brandwerkstache. Also Moment, den Vogelwalzer tanzt man so. Beine hoch, arm auseinander. Und wenn es geht, auf den Sack, einmal links anfangen, dann rechts, schau, ob es geht. Hallo, hält ihr wohl auch den Sack raus. Und jetzt fangen wir an, wenn es weiter umgeht. Eins, zwei, drei, vier. сеin zwei, drei, vier. Wir haben sie gut gespielt. Applaus.